Hallo und herzlich willkommen im Mitgliederbereich unseres Online-Programms 14 Tage Fastentransform. Ich bin Viktor und es ist mein größtes Anliegen, dass du Erfolg in diesem Programm hast. Ich werde alles tun, um dich zu unterstützen, denn dein Erfolg ist auch mein Erfolg. Vergiss niemals, ich lasse niemanden im Stich. Falls du mal in alle Muster fällst, ist es kein Grund zur Sorge. Es ist ein Teil des Lernprozesses und die Flexibilität in dieser Ernährungsstrategie ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und bevor ich jetzt den Bildschirm teile, möchte ich noch betonen, wie wichtig es ist, dass du alle Inhalte der 5 Module sowie die Kursmaterialien gründlich studierst, bevor du dann zum Bonusmodul übergehst. Dieses wird aus diesem Grund erst nach 14 Tagen freigeschaltet und dort findest du auch den wichtigen Teil des Ernährungsstrategie-Konzepts und er funktioniert auch so. Aber wenn du vorher die Fastentransform-Methode machst und dein Stoffwechsel sich wieder normalisiert und dein Körper auf Reset geht, dann ist diese Strategie am effektivsten. Jetzt gehen wir noch kurz zur Facebook-Gruppe. In der Beschreibung von Modul 1, Lektion 4, findest du den Link zur Beitrittsanfrage. Dort gibst du deinen korrekten Namen ein, wie der bei der Bestellung war und deine Bestellnummer. Denn manche haben auf Facebook einen anderen Namen und dann kann man das nicht zuordnen. Und du kannst mich auch vorab auf Instagram mal anschreiben, falls du mir dort noch nicht folgst. Das ist mein Profil und kannst einen kurzen Hinweis geben. So, ich teile jetzt den Bildschirm und erkläre dir mal kurz hier diesen Mitgliederbereich. Und hier findest du nun den Zugang zum Mitgliederbereich, den du ja direkt nach dem Kauf bekommen hast. Ich schlucke mich mal hier ein mit dem Test-Account. Du siehst hier mal die Übersicht, also die Kursliste. In deinem Fall hast du nur einen Kurs bei mir erworben, den Fasten-Transform. Und dann siehst du hier, wenn du auf Ansehen gehst, würdest du direkt zur Übersicht kommen, wo die ganzen Module sind. Und hier oben hast du nochmal eine Melüleiste mit drei Punkten. Einmal Start, da kommst du hier immer wieder zurück. Downloads, gehen wir gleich mal durch. Und am Schluss noch die Umfrage und hier dein persönliches Code-Profil. Und zunächst möchte ich dir sagen, mach dir keine Sorgen, falls du irgendwann das Gefühl hast, dass es zu viele Informationen sind. Du hast hier ausreichend Kursmaterialien, in denen alles Wichtige noch einmal aufgeschrieben ist. Einschließlich einer Checkliste, die dir Schritt für Schritt hilft. Und denk dran, ich bin beim Gruppenfasten an deiner Seite und erinnere dich immer wieder an die wichtigsten Dinge. Hab einfach Vertrauen in den Prozess und in dich. Und ich zeige dir jetzt den Mitgliederbereich. Hier oben in der Menüleiste findest du die Links. Zum Beispiel hier Downloads. Gehe ich jetzt mal drauf. Und das ist das, was ich gerade eben erwähnt habe. Du hast so viel Kursmaterialien, wo alles nochmal genau detailliert aufgeschrieben ist. Wenn du irgendwas in dem Video jetzt nicht für dich behalten hast oder ja. Deshalb empfehle ich dir auch von dem Video nicht zu viel auf einmal zu schauen. Weil sonst lässt du die Konzentration ab. Du hast hier unter jedem Video in den Modulen hast du Kursmaterialien. Und ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, von anderen Kursen, die ich gekauft habe, war es für mich manchmal mühselig, alles zusammen zu suchen. Und damit du nicht die gleiche Arbeit hast, habe ich dir hier extra einen Menüpunkt erstellt, wo alle Kursmaterialien von Modul 1 bis 5 hier, kannst du dir die alle nochmal runterladen. Falls du es noch nicht in den Videos gemacht hast. Diese sind hier alle direkt frei von Anfang an. Checkliste, Motivationsplan, den 14-tägigen Plan und so weiter und so fort. Diese hier sind noch nicht freigeschaltet. Das sind nämlich die vom Bonusmodul. Das heißt hier der einfachsten Kompass, das komplette Script vom kompletten Online-Kurs. Aber deshalb schau dir erst die Videos an, das ist wichtig. Und danach kannst du hier dir nochmal das Wichtigste in einem Werk zusammengefasst. Hier das Ernährungs- und Lifestyle-Strategie-Konzept von mir. Also das Wichtigste hier reingepackt, weil das ja nochmal vom eigenständigen Online-Kurs wäre. Aber das wäre viel zu viel Information. Fastentransform-Rezept. Ein lebendes Buch, kann man quasi sagen, weil sich das immer weiter verändert. Ich werde immer wieder neue Rezepte reinhauen. Also nicht von den Fasten fassen, sondern wie man sich danach ernährt. Und hier noch andere Kursmaterialien. Hier hast du hier meinen Trainingsplan und meine Trainingsphilosophie. Das Wichtigste, auf was es ankommt, ohne den ganzen Schnickschnack. Never change the running system. Ich trainiere schon ewig nach meinem Plan. Ich habe aber auch einen Anfängertrainingsplan und meinen persönlichen Trainingsplan. Hier Mindset-Technik. Alle, die wirklich persönlich sich weiterentwickeln wollen. Spirituell oder einfach vom Mindset auf ein anderes Level kommen wollen. Hier mein Werk, Bewusstseinsfahrt, der Weg zu dir selbst. Das kriegst du sogar auf meiner anderen Homepage für 79 Euro. Und hier schenke ich dir das sogar. Das kriegst du aber erst alles nach 14 Tagen. Wichtig ist, dass du dir erstmal Modul 1 bis 5 komplett reinziehst. Und alles studierst. Alle Videos und hier diese ganzen zusätzlichen Infomaterialien. Bevor du zu dem Bonusmodul kommst. Und deshalb wird das erst später freigeschaltet. Das ist ganz wichtig. So. Jetzt gehen wir hier nochmal auf Start. Kommst zurück. So. Gehen wir mal hier rein. Ansehen. Also hier wäre das Video, was du dir quasi gerade anschaust. Hier sind jetzt alle Module aufgelistet. Hier kannst du nochmal zuklappen. Ich klappe hier nochmal auf. Hier werden dann alle einzelnen Lektionen. Hier siehst du auch die Anzahl. Wunder dich nicht. Bei den zwei steht keine Nummer. Weil die Videos waren zu groß. Die habe ich dann direkt von YouTube eingebunden. Diese Videos gibt es aber nicht öffentlich auf YouTube. Die sind extra nur für diesen Kurs gemacht worden. Das sind private Videos. Die könnt nur ihr sehen. Und jetzt gehen wir mal einfach mal hier auf Lektion 1. Oder man könnte hier auch auf Kurs starten. Der fangt dann auch bei Lektion 1 an. So. Du siehst hier also den Namen der Lektion. Und wenn es was downzuloten gibt, dann findest du das hier. Ich sage extra wenn, weil nicht in jeder Lektion gibt es was downzuloten. Aber in manchen gibt es sogar mehrere Sachen. So wie hier. Hier gibt es zum Beispiel zwei Kursmaterialien zum Downloaden. Und das ist das was ich gesagt habe. Später hast du vielleicht bist du bei Modul 3 oder 4. Und dann hast du dir vielleicht nicht alles downgeloadet. Dann weißt du nicht mehr wo welche Datei war. Und die findest du alle hier oben. Ich habe es dir extra einfach gemacht. Ich empfehle sowieso alle runterzuladen. Und dir selbst in den Ordner oder auf dem Handy irgendwo abzulegen. So das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Hier hast du noch das Bonusmodul. Aber wie schon erwähnt. Ne, das ist Modul 1 hier. Wo sind wir hier? Achso. Ja. Bonusmodul halt hier. Bonusmodul. Hier. Dieser Inhalt wird erst in 12 Tagen und 17 Stunden freigeschaltet. Das ist mein Testaccount. Also erst nach 14 Tagen wird er freigeschaltet. Aber wie gesagt, dann diese ganzen Kursmaterialien, also die Bücher hier, wo ich gerade vorhin erwähnt habe, die wirst du hier später nicht hier finden. Also die vom Bonusmodul findest du wirklich nur im Bonusmodul diese hier. Dann hätten wir hier noch die Umfrage und Feedback. Das ist auch ganz wichtig. Vor allem auch für euch. Dein Feedback ist nach der ersten Durchführung der Fastentransformmethode sehr wichtig. Und ich zeige dir mal warum. Klar, die ersten Sachen sind so für mich generell wichtig, so für meine Statistik. Welche Altersgruppe? Dann machen wir hier männlich. Ich habe so, machen wir 8 Kilo abgenommen. Was war mir wichtig? Abnehmen, Entgiftung. Hier kann man mehrfach Auswahl. So, warst du erwartest? Ich war zufrieden. Hast du generell gut aufgehoben? Sagen wir mal ja. Fandest du bereitgestellt im Kursmaterial? Zufrieden. Wenn du nur zufrieden warst, kannst du auch zum Beispiel hier anklicken. Wie hast du davon erfahren? Sag mal auf Instagram oder persönlicher, so allgemeines Feedback. Du kannst einfach mal allgemein dein Feedback raushauen, wie es auch viele machen, wo mich auch so bewerten. Einfach, das ist aber nur für mich persönlich. Aber dann der nächste Schritt. Das ist wichtig für uns alle, weil ich möchte, wie ich mich auch persönlich immer weiterentwickele, möchte ich auch diesen Online-Kurs immer weiterentwickeln. und ich starte das ja jetzt quasi und deshalb, ich möchte wachsen und das werde ich auch mit eurer Hilfe, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche, könnt ihr das hier äußern. Ich werde das einmal im Monat kontrollieren und das, was so am häufigsten erwähnt wird, werde ich dann hier mit aufnehmen oder ändern, wie auch immer. Von daher, das betrifft uns alle. Und wie gesagt, das Rezeptbuch ist zum Beispiel etwas, was sich auch ständig weiterentwickelt. Und über alle wichtigen Änderungen wirst du dann in der Facebook-Gruppe oder per E-Mail wirst du auf jeden Fall informiert. Und denk dran, dass du zwei Jahre lang Anspruch auf das begleitende Fasten hast, mit mir als Fastenleiter oder einem anderen Fastenleiter. Und die Gruppe, die Facebook-Gruppe, die bleibt immer bestehen, sodass du dich jederzeit auch mit anderen Teilnehmern austauschen kannst. Auch nach diesen zwei Jahren könntest du dann mit anderen Leuten dann einfach selbst einen Termin ausmachen und dann zusammenfasten. Deshalb ist das ein riesen Mehrwert, eigentlich dieses Paket. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und bei Fragen schaust du bitte zuerst alle Videos an und konsultiere dann die FAQ-Datei. Die findest du einmal hier unter Downloads ganz unten oder in Modul 5, Lektion 6 oder sogar in der Facebook-Gruppe. Und das heißt, es wird hier immer wieder aktualisiert. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Fastenerfahrung und bis demnächst. Wir sehen uns in der Gruppe.